Ich bin echt tot, ich bin echt tot. Jungs, helf mir, helf mir, helf mir, helf mir, schnell, schnell, schnell. Ricardo, schnell, helf mir. Wo seid ihr denn? Boah, junger Halbesherz, warte. Nein! Woke into fire with a fighting zombie. Jungs, ich darf mich einstellen, weil wir eingeraten wollten zum Regulieren. Was ist unter Lava? Einstein. 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 Jemand von euch muss mal hierhin kommen, da waren gerade drei Zombies, ich kann nicht weiter gerade ausbauen, weil drei Zombies vor den Steinen stehen. Hey, ich bin tot. Ich habe alles verloren, weil ich hatte Lapis Lazio, jetzt verloren alles. Ich habe alles aufgesammelt, alles Wichtige. Grab dich mal hier rum. Alle informieren. Hallo. Guck dir die Höhle an. Ha. Hammer. Komm mal hier hoch, da sind so Lava- und Wasserflüsse nebeneinander. Kommt mal zu mir ins Lagern, dann. Dann legte ich mal, die sagt, naja, die habt ihr nicht, das wäre nur Lava- und da. Dann mache ich euch eine Grabbelkiste und gut ist. Ja, wir suchen jetzt erstmal hier weiter. Ich habe eine Grabbelkiste gemacht, ich habe auch eine Grabbelkiste, da konnte ich einfach alles reinlegen. Ich habe jetzt ein anderes Gefühl, das ist eine Grabbelkiste und das ist eine Grabbelkiste, da ist ein Ja, ich habe mich einfach mal in der Stadt. Ich habe mich an, ich habe sie geflüchtet. Ja, ich habe es, ich habe es schon nicht einfach. hinter der anhand wo fast eine Lava gefallen wegen dem Zombie das wäre knapp gewesen wo bist du denn? das war richtig knapp boah da kommt die Spinne von oben alter Junge hat mich erschrocken ey da oben ist Lapis Lazuli oh der nächste Zombie Alter wie viel Zombie was? WTF? Junge helf mir helf mir helf mir wo bist du denn? schnell dreinhalb Herzen Alter nein hier geht nicht hier ist ein Creeper ich muss mich erstmal kurz um einen Creeper kümmern alter wo bist du? ich bin irgendwo hingerannt grab dich einfach ein also bau dich ein und ess was ah hier ich seh den Zombie aber er kann hier nicht durch ach ich hab alle rasiert Junge komm hier hin komm hier hin bau dich mal hier schräg rüber wo bist du? hier bau dich hier rüber warum? bau dich hier rüber ich kämpfe ich kämpfe ja weil hier weil hier drüben auch noch Zombies und Creeper sind klar ich muss mir helfen ja trotzdem muss mir helfen nein idiot es könnte sein dass jetzt gleich ein Creeper explodiert weil hier war gerade einer weil hier war gerade einer 3 Zombies 4 4 Zombies 5 Spinnen Creeper was noch alles boah Junge alter was kommt denn hier alles für krass der Creeper ist tot das Skelett auch jetzt gleich kommt mir alles für kranke Scheiße an ey meine Katze hat mich angefurzt haha ich hätt dir recht haha ich versuche mir hier alles auszuleuchten extreme Fight Position achte Fight Position mach mal eben die Spinne da tot ich habe gerade noch eine Fackel in der Hand achte Fight Position hier trifft dich keiner haha ist am Headflitschen ja haha boah die Höhle geht nach überall hin ich will aber trotzdem gerade ausgraben boah hier kann von oben, von links, von rechts Zombiiiiiii da oben ist Gold und da sind irgendwie vier Skelette ich glaube da ist so ein Skelett-Spawner Zombies hier müsste irgendwo ein Spawner sein ja ich glaube hier ist ein Zombie oder ein Skelett-Spawner ja ich glaube hier ist ein Zombie oder ein Skelett-Spawner das ist ein infizierter Einwohner ja doch Spawner hier ist auch irgendwo so ein Spawner bestimmt ah da kommt ein Creeper ich mache uns mal einen Abfall ich mache uns mal einen Abfalleimer, ne? für Items Hö? Naaah! Junge das bin ich Junge alleine, Alter ich komme ich sammeln mal meine Sachen auf, Alter ich hatte voll viel dabei oder Patrick, kannst du mich nicht zurückgeporten, Alter? nein könnte ich theoretisch machen was? könnte ich theoretisch machen mach, mach weil sonst muss ich jetzt wieder den ganzen Weg laufen und ich finde das auch gar nicht ok, was hältst du davon? ah ja, weil, achte ey, wo war das? keine Ahnung warte, ich finde das schon scheiß drauf scheiß auf Schieten, Alter soll ich, ich hab schon eingegeben, soll ich? ja, brauchst nicht ok ich bin jetzt gleich da Chance getan wenn ich jetzt, hä? boah, ich hab ja schon so gut es geht versucht alles auszuleuchten und hier kommt immer und immer und immer wieder welche Alter, wo bin ich? alter Junge ich back hier in so'n Loch, Alter boah, ey wie groß ist die Höhle, bitte? größte Höhle, die wir bis jetzt gefunden haben siehst du irgendwo meinen Namen? nein du musst ja einfach nur meinen Weg durchlaufen den ich ja geboren habe ja, wenn ich weiß, wo der Weg ist, Alter direkt am Anfang war der doch ja, ich bin jetzt am Anfang gewesen aber hier ist nichts, Alter ich weiß noch nicht mal da, wo die Stelle ist, wo die Lava war aus echtem Kohlzeitgedächtnis kann das sein nein Junge, aber deine ganzen Sachen liegen hier aber noch ja, ich bin hier gerade irgendwo runter gegangen boah, von links, von rechts, von überall kommen jetzt Zombies mach nicht bei uns grad mal einen Mülleimer Alter Alter, Rikki ich versuche Rikki zu helfen und du brauchst einen Müll einmal Boah, wo ist oh, wenn sie sich hier überlegen, Alter Junge, ihr seid direkt unter der Burg, ne alle, ich dachte dich ein, nein boah, nein Bist du gerade unter der Burg ich sehe den Namen Watafack, das ist dein Mann boah, nein boah Knapp, zweieinhalb Herzen, da kommt der nächste Creeper. Grab dich ein, ey. Ich bin tot. Ich bin tot. Ein Herz. Anderthalb. Ein Herz. Ey, Alter, wo ist das? Tot. Wo ist das, ey? Ich schwöre, wo? Alle Sachen verloren. Junge, Alter. Was hat das? Ich hatte fast anderthalb Vierundsechziger Stacks Eisen. Und so weiter und so fort. Lass mal runtergehen wieder. Alter, ich bin auch gerade unten, aber ich finde das nicht, ey. Haben wir oben noch ein Eisenschwert? Ich nehme jetzt ein Eisenschwert mit und gehe sofort wieder runter. Ne, haben wir nicht. Ja, mach mal kurz bitte eins. Warte. Kommst du mit runter? Alle Sachen liegen da unten, alles. Meine Fresse, Alter. Boah, Alter, das ganze Redstone, das ganze Eisen, alles liegt unten. Wie lange bleibt das da, bis es weggeht? Fünften getrunken, genau. Geh mal kurz einen Abstand, wenn wir da stehen. Warte mal. Hier, Mülleimer. Hä? So etwas auf dem Kaktus-Trip verschwindet ist. Wuchsen. Ey, ich hab den Weg gefunden. Komm. Lass mal wieder in die Höhle gehen. Warte. Alles, was ich bei hatte, weg. Alter Junge. Ich bin jetzt bei den Kisten. Bei dem Ofen und so. Kann man die Folge beenden, weil ich musste nochmal aufgehen. Ja, warte. Ich bin jetzt gleich bei meinen Sachen, bei meinen Sachen. Nimm mal die wichtigsten von mir auch mit, weil das ganze Redstone und alles ist weg. Ich laufe hier gerade durch, ich hab gar nichts dabei. Oh, fuck, ey. Ich glaub, hier sind deine Sachen. Ich bin direkt neben dir gestorben. Da wurde alle Sachen da lagen. Wow. Und ich wär beinahe in Lava reingeflogen, Alter. Junge, Alter, mach keinen Scheiß jetzt. Junge, da war ein einziger Block und ich wär fast in die... ... die Lava reingeflogen. Ah, okay. Hier und jetzt geradeaus. Junge, aber ich grab hier so einen Tunnel, damit hier keine Creeper oder so reinkommen, ey. Boah, Alter, wie krass der Scheiß, der bitte jetzt. So, ich bin wieder da. Warte mal. Hast du meine Sachen alle? Weiß ich nicht. Aber mir fehlen keine Sachen. Hier liegen keine Sachen mehr von mir. Ja, ich hab ganz viele aufgehoben, aber meine Sachen fehlen irgendwie. Nein, Junge, er war in der Burg. AFK. Idiot. Er war im Lager drin. Fuck. Ganz ein Lager ein Marsch. Junge, mach mal hier kurz kaputt oder gib mir ne Spitzer. Ha, Baby. Hast du zwei Spitzer? Äh, ja, aber warte mal kurz. Ich muss erst mal hier suchen. Schaufe! Lager kaputt. Einen halb. Ein Mülleimer ist kaputt. Creeper. Alles. Ja. Creeper. Wie kam der rein? Junge, ihr habt die Burg noch nicht richtig ausgeleuchtet. Ich hab den vorhin auf dem Dach gesehen. Das war ein Creeper, Alter. What the fuck? Junge. Was ein Schaden hier. Ich weiß, jetzt hast du noch den Mülleimer reingefallen. Ja, man kommt das aus der Burg wieder raus hier. Aus der Höhle. Loll. Ich hab keine Fackeln, ich hab keine Fackeln, ich hab keine Fackeln. Alex, lass das Höhle wieder raus, komm. Hier kommt zu viel. Ja, warte, 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 warte. Oh, kranker Scheiß. Junge, ich sterb gleich wieder. Nein. Nein. Patrick, 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 Patrick. Ja? Spomb mich mal zu dir, Alter. Ich geh hier fast drauf. Wo bist du, Junge? Ich hab mich eingegraben. Ich hab alle Sachen von Ricky... Komm wieder zurück, wo bist du? Ich hab alle Sachen von Ricky und mir eingepackt und da draußen sind hammer viele Zombies. Komm, ich weiß, wo es hergeht. Wo bist du denn? Wo hast du dich denn eingegraben? Alter, hier stehen vier Zombies, Alter, vor der Höhle. Ja, da bin ich ja. Junge, Scheiße, Alter. Kack, Creeper. Guck dir das Lager gleich mal an. Alex, komm. Ich weiß den Weg. Durchrennen. Ja, wenn ich erstmal weiß, wo du bist. Hier. Alex, Alex soll ich sporten? Nein, komm. Ich hab jetzt gerade gefunden. Komm, hier durch. Creeper, hinter uns ist Creeper, junger Lauf. Da kriegst du einen Anruf, ne? Und schon alles zu machen. Junge, hinter uns ist der Creeper. In der Höhle. Ja, komm. Den haben wir schon längst abgehangen. Hier geht's her. Hier geht's her. Warte mal, warte mal. Wo bist du? Alter. Hier oben. Ich glaub, der Mülleimer geht noch. Er macht sich nur Sorgen um den Mülleimer, ey. Die ganze Burgschrott, ey und er. Nein, eine Burg ist gar nichts. Ja, der Mülleimer geht noch. Eine Burg ist gar nichts kaputt. Sauber. Ich dachte schon, weil du hast gesagt, du bist AFK. Auf einmal kurz danach, boom, wurde in die Luft gesprengt. Alter, du dachtest so, nein, ey. Ich war ganz unten im Lager. Im Lager. Das Lager ist halbtakt kaputt, aber das ist nichts. Okay. Alter, Slager. Sieht aus wie Dresden 45. Auf die Kisten alle kaputt gegangen, wo diese Sachen drin waren? Nein, nein. Darf man gar nichts. Ich war hinterm Bereich, wo der Mülleimer war. Gott sei Dank, ey. Was ist denn Mülleimer? Er hat da so einen Pisten hingebaut, wo so ein Kaktus drunter ist. Und wenn du da was reinschmeißt, geht das sofort weg. Die ist warm sofort. Aber dick. Der will ja keine Sachen mehr brauchst. Einfach reinwerfen, fertig. Wie so ein Kaktus. Weil wenn du was auf Kaktus wirfst, das respawnt direkt. Fuck, wieder runtergefallen. Und dann in die Kiste rein? Nein, das ist für wenn du nichts mehr brauchst. Einfach wegwerfen, nö. Ach so. Jungen, vom Kaktus in die Kiste, alter. Er eröffnet einen neuen Mods hier. Ich dachte gerade schon. Was laberst du, dachte ich gerade schon so weiter. Das denke ich mir bei dir jedes Mal. Ich bin im Haus. Boah, überlebt, überlebt, überlebt. Aber wir können noch ein bisschen aufnehmen. Alter. Ich so, Schatz, ich nehme gerade auf. Hier ist es hektisch. Ja, aber ich so, Alter, ich nehme gerade auf. Guck das Lager an. Du musst ein paar Sachen einsatmen. Komm mit, hier gibt es die Gravelkiste. Hast du noch Brot, Alex? Mein Brot, hast du das eingesammelt? Äh, ja, 14 Stück. Alex, hier, kommen wir rum. Die beiden Kisten hier sind Gravelkisten. Und hier ist der Mülleimer. Gravelkisten. Hier ist der Mülleimer. Hier. Ja. So, ich habe nur noch zwei Herzen und Hunger. Ganze Lager, alles für den Arsch, ey. Hier. Vor allem, wie ist die Fackel dahin gekommen? Da sind Brote in der Kiste. In der Essenskiste? Nee, in der Gravelkiste, da. Ach, ja, weh, einzurollen. Das kann ich sehen. Da, unten, hier. Unten, sieben Brote. Alex, guck. Nicht runterfallen, bis zum Tor, weil ich mal rauskomme. Wo? Hier. Hier. Wenn was ich brauche, einfach reinwerfen. Ich will jetzt ausprobieren, du. Faschmeister rein. Faden. Ein. Oder nee, wir hatten auch Spinnenauge irgendwo, oder nee? Ja, hier, Mobjob. What the fuck? Hier. Der Boxer geht in die Wand, kommt so ein Faden raus. Nee, Pilze sind auch sinnlos, Alter. Da kannst du Pilze mit raus machen. Ey, Patrick ist gestorben, hat seine Eisenstiefel fallen lassen, die habe ich eingesammelt, habe die angezogen. Dann hat Alex die eingesammelt, listert er die an. Hast du reingeschmissen? Das sind, ja, das sind wahrscheinlich verfluchte Stiefel, weil er ist Patrick gestorben, dann hast du die Stiefel angezogen, dann bist du gestorben. Jetzt hat mich sie an. Jetzt bin ich am Arsch. Oh, Junge. Ich verlobe, ich muss da reinwerfen. Wie fühlst du die Ofenwand? Komm, Boxer Alex rein. Jetzt hat er zugemacht, auch Schiss, dass ich ihn da reinmokse. Oh, ganz knapp, ey. Du bist doch drunter runtergeplant. Ja, ja. So, ich gehe zum Thumbnailpoint. Ah, nee. Ich muss ja jetzt ein Thumbnail von dem Dings nehmen, hier, von der Höhle. Okay, Alex, ich bin nicht mit dir drungen, weil du so ein ganzes Sachen... Was? Was? Also, Alex, ne? Jetzt nicht, weil wenn du mich jetzt da rein schubst, dann hast du eure ganzen Sachen gesammelt. Wir sind so alle raus. Wir sind so alle raus. Okay, ich packe jetzt das Brot da rein. Pack alles in den Graubäckes, ich sortiere schon. Und... Die Stiefel, packe ich auch da rein. Nein! Das hatte ich auch gerade vor. Pack auf! Hier! Alex walked into a cactus while trying to escape. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge machen wir hier dieses kleine Haus. Ah, nee, das lassen wir so, ne? Wir haben ja jetzt das große Haus, das bauen wir ja aus. Ähm, ja. Ich würde sagen, das war's erstmal. Von unserer Seite. Das war's. Von wieder? Ja, ja, klar. So. Nicht verzagen, gleich geht's weiter. Haut rein. Ciao.